Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ich wirklich erlebt habe. Es ist eine lange Geschichte. Und ihr braucht nur zuhören. Das ist Nico. Er steht hier sehr gut. Florian? Ja? Jetzt bin ich mir absolut sicher. Über mich! Willst du mit mir gehen? Du bist ja wieder. Wo hast du denn so einmal geschmeckt? Du wachst nicht allein. Ich kann so wegfliegen. Das ist nicht so weg. Du lebst allein. Ich will nicht allein sein. Aber die Unterhose gehört in die Hose. So? Ja, was? Das ist doch auch schärflich, oder? Ich habe einen alten Mann kennengelernt. Aha. Er hat Nico großgezogen. Ja, sehr schön. Er ist ein wenig zerstreut. Hör auf. Und sehr einsam. Und ich kümmere mich um ihn. Und ich kümmere mich um ihn. Ich kümmere mich um ihn. Und ich kümmere mich um ihn.